Kannst du es schon sagen? Die kämpfen noch immer. Was ist da los? Wahrscheinlich echt Skype-Boss. Wir sollten wahrscheinlich näher rangehen, dass er uns nicht entwischt. Ja. Du musst aufpassen, ich glaube, dass der eher auch bei dir ist, auf deiner Seite. Also das halte ich uns wahrscheinlich schon relativ früh dann aufpassen mit. Ach du meinst, dass er mich hört? Das stimmt. Hier unten ist schon offen. Interessant. Hier können wir gehen. Sind die außerhalb? Ne, oder? Doch. Am Haupt. Ja, ist rausgelaufen. Geht ins Zweier rein. Okay. Gutes Umhensand. Mach mit dem Klima das Zweier, decken wir das ab, oder? Genau, ich geh jetzt nach hinten zu den Treppen hin. Ich laufe über die Straße. Ich laufe über die Straße. Schöne Trommel. Das ist ein bisschen. Ich laufe über die Straße. Ich laufe über die Straße. Ja. Ja, ich geh das zu dir. Ich laufe über die Straße. Ich laufe über die Straße. Aufklamm. Ach, was du hast. Ach, was du한, was du hast? Ich glaube, das sind zwei. Bin mir aber nicht sicher. 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 Sie springen. Sie springen raus, ja. 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 Ich gehe schon weiter. Ich höre sie jetzt nicht mehr. Ich höre sie vor mir an der Mauer. Ja. Gehen sie hin. Lauf, rennen, 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 rennen. Die sind schon weit vor mir. Ich weiß nicht, wo sie sind. Genau. Ich bin jetzt schon durch die Mauer durch. Und links an dem Ding entlang. Sie sind wahrscheinlich schon am Baden Gleis hinten drüber. Ja. Gut. Dann lass sie. Dann bin die außen rum so gehen. Dann lass doch. Okay. Dann lass sie. Okay, ich sehe sie. Du siehst sie. Okay. Okay. Du musst schauen. Weißt du. Das ist für mich schwer anzuschätzen. Ja. Okay. Ich höre sie direkt vor mir. Dann schaue ich sie dir hin. Und du gehst da gemütlich entlang. Wenn die anderen Leute weg sprinten. Die sind dort. Okay. Wo wir sollen abfangen? Beim Extract oder wie? Da hinten. Den krieg ich beim... Bei... Ich weiß nicht wie der Scheiß direkt da ist. Da wo die Scavs sind. Da wo die Scavs sind. Da wo die Scavs kämpft da. Checkpoint. Hilfe ist das ein beschissene Alarm. Hier. Ich höre dich. Ja. Was? Hier sind alles voll mit Scavs. Ja. Hier. Vor mir noch ein Scav. Wir sollten wahrscheinlich... Wir sollten... Lass direkt zum Ding hin gehen zum Extract. Das ist egal. Das ist jetzt ein Sniper-Pult. Die gehen und mich wegschießen. Holy shit. Ja. Eher gut nach dem OMPs. Aber ja. Ich baum aus. Ja. Puh. 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 da ist wenn ich mir jetzt eine aktuelle wird auf mich ja wird das ist unglaublich okay gut wenn wir den skater hier schießen dann wissen wir dass sie woanders hingehen ich bin nicht vor uns durch oder links für mich ist eins der schüsse angeschlagen da wieder hast du das ich weiß nicht okay es werden die wahrscheinlich beim beim ding sein im checkpoint ich höre sie bei mir das ist noch einer kommst du mit dirk vor mir da war ich unten gelegen hat geschnauft ich habe unter den rohren durchgeschaut nahe tot gehst du vorne aber ich gehe hier links rum durch das tor ok 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 warum höre ich da jemanden schnaufen ok is clear ok